Müsstest du dir auch schon öfters den Satz, du kriegst doch nichts auf die Reihe, bist du denn so faul oder macht es dir denn nichts aus, anhören müssen, wobei es dir ja wirklich sehr sehr schwer fällt, dass du Dinge nicht auf die Reihe bekommst. Prokrastination ist ja ein Schlagwort bei komplex Traumatisierten, denn das ist ja wirklich ein Thema für sich. Ich bin Gabriela, psychologische Beraterin, Körperpsychotherapeutin. Ich freue mich jetzt so richtig auf dich. Prokrastination ist ein Phänomen, das viele Menschen betrifft und viele Gesichter haben kann. Doch für Menschen mit Kindheitstrauma kann es eine ganz besondere Bedeutung haben. Es ist eine Art Schutzmechanismus, eine Art Überlebensstrategie, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Prokrastinieren, also das Aufschieben von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, ist bei Menschen mit Entwicklungstrauma definitiv mehr als nur Faulheit oder fehlende Disziplin. Tatsächlich wird Prokrastination zu einer Kompensationsstrategie, die als Folge von Traumata und unverarbeiteten Emotionen entsteht. Wenn wir uns vor einer unangenehmen oder herausfordernden Aufgabe drücken, suchen wir unbewusst nach Möglichkeiten, uns von der emotionalen Belastung abzulenken oder sie zu vermeiden. Dies kann daran liegen, dass wir in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht haben, die ähnliche Gefühle oder Situationen hervorrufen könnten. Indem wir Aufgaben aufschieben, geben wir uns die Illusion von Kontrolle und schützen uns vor dem Risiko, erneut verletzt oder überfordert zu werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Prokrastination nicht einfach eine Charaktereigenschaft ist, sondern ein Ergebnis von tiefer liegenden emotionalen Wunden. Doch wie entsteht Prokrastination als Traumafolge? Menschen mit Kindheitstrauma haben oft gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken und ihre Bedürfnisse hinten anzustellen. Sie haben gelernt, zu funktionieren und sich anzupassen, um in einer oft schwierigen Umgebung zu überleben. Diese Überlebensstrategie hat sich in ihrem Leben festgesetzt und kann sich in unterschiedlichen Formen zeigen. Eine davon ist Prokrastinieren. Prokrastination ist also wie eine unbewusste Kunst, wichtige Aufgaben immer wieder aufzuschieben und stattdessen Zeit mit unwichtigen Dingen zu verbringen. Es fühlt sich an wie ein endloser Teufelskreis, der einen gefangen hält und einem das Gefühl gibt, seine eigene Zeit zu verschwenden. Doch was hat Prokrastination mit Traumafolgen zu tun? Nun Menschen mit Kindheitstrauma sind oft mit tiefen emotionalen Wunden belastet. Das kennst du ja. Und diese Wunden können dazu führen, dass sie Schwierigkeiten haben, sich auf Aufgaben zu konzentrieren und diese zu erledigen. Das Aufschieben wird zu einer Art Schutzmechanismus, um sich vor den unangenehmen Gefühlen und Erinnerungen des Traumas zu schützen. Typisches Zeichen von Prokrastination, also als Schutzmechanismus, ist zum Beispiel das ständige Aufschieben von Aufgaben, um das Gefühl der Überforderung wegzudrücken oder das Vermeiden von Verantwortung zu erzielen. Vielleicht kennst du das, wenn du bereits als Kind die Dinge, die du für deine Geschwister erledigen musstest, immer als letztes geschafft hast oder aus Angst, diese Aufgaben nicht erledigt zu haben, dafür bestraft zu werden, die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden hinten angestellt hast. Prokrastination kann auch als Vermeidungsstrategie entstehen. Denn Menschen mit Traumafolgen neigen dazu, sich in ihrer eigenen Welt zu verlieren und die Realität zu meiden. Sie können auch Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren und Prioritäten zu setzen. Deshalb nützen ihnen die Prokrastinationstipps im Internet wie Planen sie genau, setzen sie sich angemessene Ziele und setzen sie Prioritäten eigentlich gar nicht. Denn allein damit haben sie schon eine enorme Herausforderung. Vielleicht auch hier erkennst du dich wieder? Prokrastination kann auch ein Ausdruck vom geringen Selbstwertgefühl sein, was wiederum wohlbemerkt ebenfalls bereits eine Traumafolge sein kann durch emotionale Vernachlässigung und emotionalen Missbrauch. Denn Menschen mit Traumafolgen haben oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein und versuchen, ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen. Das Aufschieben gibt ihnen eine Ausrede und eine Art Schutzschild nach außen, warum sie nicht erfolgreich sind und schützt sie vor weiteren Enttäuschungen. Jetzt lass uns mal ansehen, was passiert eigentlich im Gehirn bei Prokrastinieren. Eine neurowissenschaftliche Studie der Ruhr-Universität Bochum hat gezeigt, wie groß die Hürde für Aufschiebende auch physiologisch sein kann. Bei ihnen sah man im Kernspintomografen ein größeres Gefühlszentrum im Gehirn. Sie fürchten also wahrscheinlich eher die negativen Konsequenzen ihres Tuns. Gleichzeitig war diejenige hier in der Region weniger aktiv, die ihre Handlungen steuert. Und die beiden Areale schienen nicht gut miteinander verknüpft zu sein. Das kann erklären, warum störende Emotionen manche Menschen eher dazu bringen, eine geplante Handlung nicht mehr zu verfolgen und auszuweichen. Und es verdeutlicht uns, wie sich dies als Gewohnheit verfestigt. Wer stattdessen unangenehme Aufgaben mit positiven Emotionen koppeln kann, sie konsequent angeht und sich auch dafür belohnt, gibt dem Gehirn eine neue Chance, denn es lernt durch Erfahrung und die Belohnung. Hinter Prokrastination bei Traumatisierten können wir viele verborgene Emotionen entdecken. Ein häufiges Zeichen von Prokrastination bei Traumatisierten ist eine große Angst vor Fehlern oder Misserfolgen. Durch die traumatischen Erlebnisse in der Kindheit haben diese Menschen oft gelernt, dass Fehler und Misserfolge schlimme Konsequenzen haben können. Sie haben Angst davor, erneut verletzt oder abgelehnt zu werden. Daher verschieben sie notwendige Aufgaben und vermeiden es, in Situationen zu geraten, in denen sie Fehler machen können. Ein weiteres Zeichen für Prokrastination bei Menschen mit Kindheitstrauma ist die Angst vor Kritik und Ablehnung. Diese verursacht durch das geringe Selbstwertgefühl. Durch die traumatischen Erfahrungen zweifeln diese Menschen an ihren Fähigkeiten und haben Angst davor, dass andere ihre Arbeit kritisieren oder ablehnen könnten. Daher schieben sie Aufgaben auf, um sich nicht mit ihrem vermeintlich unzureichenden Können auseinandersetzen zu müssen. Doch hinter diesen Angst versteckt sich noch ein viel größerer Tragik. Denn das Können dieser Menschen ist meist perfekt und sie werden nur durch das eigene toxische Selbstbild sabotiert, welches aber nicht real ist. Die Angst vor Kontrollverlust ist ebenfalls ein typisches Zeichen von Prokrastination bei Menschen mit Kindheitstrauma. Durch die traumatischen Erfahrungen haben sie oft das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Und sie haben Angst davor, erneut in Situationen zu geraten, in denen sie hilflos und ausgeliefert sind. Daher verschieben sie lieber die Aufgaben, um sich selbst die Kontrolle über ihr Handeln und ihre Zeit zu bewahren. Ja, und Prokrastination selbst hat auch Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Gesundheit. Und diese können für Traumatisierte verheerend sein. Denn sie fühlen sich häufig schuldig und minderwertig, dass sie eben prokrastinieren. Und da sie ihre Aufgaben nicht bewältigen können. Dadurch verstärkt sich ihr geringes Selbstwertgefühl noch weiter. Sie geraten in einen Teufelskreis aus Scham, Angst und Selbstzweifel. Und Prokrastination kann auch zu negativen Konsequenzen im Alltag, auch im Arbeitsalltag führen. Termine werden nicht eingehalten, wichtige Arbeiten bleiben unerledigt, Arzttermine machen sie erst nicht mal aus und Beziehungen leiden genauso darunter. Die Betroffenen fühlen sich zunehmend überfordert und gestresst, da sie ihre Verpflichtungen immer weiter aufschieben. Das ist bereits die Zielgerade Richtung Depression, Rumination, also chronisches Grübeln und zum Gefühl der Ohnmacht. Als allererstes ist es wichtig zu verstehen, dass Prokrastination als Traumafolge nicht einfach Faulheit oder mangelnde Disziplin ist. Es ist vielmehr ein Ausdruck von tief verwurzelten emotionalen Wunden, die noch immer nicht geheilt sind. Und die Heilung, wie kann eine Heilung aussehen? fragst du jetzt. Um die Prokrastination zu überwinden, ist es wichtig, Achtsamkeit und Selbstreflexion zu praktizieren. Hierbei ist auch wichtig zu beachten, dass Achtsamkeit ein entsprechendes Setting, also traumasensitive Achtsamkeit sein muss. Menschen mit Kindheitstrauma sollten lernen, sich bewusst zu werden, warum sie bestimmte Aufgaben aufschieben und welche Emotionen oder Erinnerungen damit verbunden sind. Indem sie sich mit ihren Ängsten und Unsicherheiten auseinandersetzen, können sie lernen, diese zu akzeptieren und schrittweise, merke dir, nur Babyschritte, aber dann schließlich überwinden. Es kann auch hilfreich sein, die zugrunde liegenden traumatischen Erfahrungen zu bearbeiten, und effektive und vor allem gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Körper- und Selbstwahrnehmung zu stärken, sind weitere Grundbausteine für die Heilung einer traumabedingten Prokrastination. Neben diesen gesunden Strategien steigert sich das Selbstwertgefühl quasi als Abfallprodukt von alleine. Die Entwicklung von effektiven Zeitmanagementstrategien die für dich Alternativen und Pufferzeiten erlauben, können auf jeden Fall als weitere Werkzeug für dich werden. Meine persönliche Botschaft ist für dich, gib nicht auf, sondern schau lieber genau hin und erforsche, wie du dir selbst eine Erleichterung bereiten kannst. Denn du hast die Macht heute in deinen Händen dafür. Es ist schön, dass du bis zu Ende dabei geblieben bist und bin mir sicher, dass du jetzt ein wenig noch mehr verstehen kannst, wie dieser Phänomen in uns wirkt, wie das ursächlich ganz genau entstanden ist. Und vielleicht hast du die ein oder andere Punkte auch für dich entdeckt, wo du zunächst ein wenig in diesem Prozess auch was verändern kannst. Auf deine Fragen oder Kommentare freue ich mich natürlich, wie immer und wünsche dir eine wunderbare, schöne Zeit. Gabriela Gabriela